Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 12. November, genau, fast schon September 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 694 und heute habe ich die folgenden Themen mitgebracht. Alibaba, Gmail, Torque Robotics, Fifth Avenue, Analysten und Apple Arcade. Es gab Tränen am Geburtstag des 55. Lebensjahres vom Gründer von Alibaba. Ein Gesicht, das jeder wahrscheinlich von euch schon mal irgendwo gesehen hat, aber vielleicht nicht ganz so abgespeichert hat. Vor über 20 Jahren hat er nämlich Alibaba gegründet. Nachdem er vor vier Jahren davor in den Staaten war und das erste Mal das Internet kennengelernt hat, war er Feuer und Flamme für die Möglichkeit, ging nach Hause, hat zwei, drei Dinge ausprobiert und dann 1999 hat es mit Alibaba dann schlussendlich gereicht mit dem Ganzen. Wurde er erfolgreich? Alibaba ist ja so das Amazon von den asiatischen Ländern, vor allem China und macht da ein riesen, riesen Business, ein riesen Geschäft. Hat sich mittlerweile, wie bei Amazon auch, vieles rundherum entwickelt. Und ja, wie gesagt, da passiert einiges. Er hat 38 Milliarden auf seinem Konto und möchte jetzt einfach sein Leben mit seinen Freunden geniessen. Das ist ja auch mal was, was der eine oder andere CEO sicherlich auch schon mal davon geträumt hat, aber nicht unbedingt gewagt hat, den Schritt zu gehen. Gratuliere dem jungen Herrn an der Stelle dazu und möge er noch fleissig was tun, bis er dann vielleicht wieder meint, zu arbeiten zu müssen. Dann bin ich gespannt, was er als nächstes auf den Markt schmeissen wird oder wo er wieder hingeht. G-Mail für Android. Wer das nutzt, darf sich freuen. App Update installieren und ihr habt neu einen Dark-Modus. Neu könnt ihr wählen zwischen Light, Dark und System Default. Also quasi, ja, es gibt ja da systemübergreifend auch die Möglichkeit, das Ganze zu nutzen. Ab Android, ich glaube 10, 9 war noch nicht dabei. Ich bin nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall übernimmt das dann einfach die jeweiligen Einstellungen, zeitlichen Einstellungen oder wie ihr das auch immer definiert habt. Der deutsche Automobil- und nicht nur Auto, sondern auch LKW-Produzent Daimler geht in die Staaten und testet da fleissig an autonom fahrenden LKWs rum. Nicht nur in Stuttgart sind sie das Ganze am Testen, sondern eben auch in den Staaten und da zusammen mit Torque Robotics, nach eigenen Angaben das am weitesten entwickelte System für autonomes Fahren, eben für solche grosse Vehicles, ist da fleissig dran, BMW zu helfen, ein optimiertes Gerät auf den, ja, schlussendlich dann auch Markt zu schmeissen. Spannend ist, dass die auf Stufe 4, dem SAE Level 4, rumfahren. Das ist sogenanntes hochautonomisiertes Fahren, wobei ein Fahrzeug den Fahrplan bekommt, also A bis Z und vielleicht noch ein paar Zwischenstationen, aber alles andere macht dann der Rechner, ohne dass ein Mensch eingreifen muss, soll oder tut. Gut, ich bin mal gespannt, wenn es solche Lastwagen hier bei uns auf die Strassen schaffen werden. Der Apple Fifth Avenue Store ist eine Ikone, oder war es lange, war jetzt auch schon, ich glaube seit Frühling, in Bau, in Umbau und wird jetzt neu wieder eröffnet. Kam gestern noch irgendwo zwischen der Keynote mit drin, ja, dann doch vor und irgendwie vergessen. Heute möchte ich das noch kurz ankündigen, zum Start von iPhone 11 werdet ihr da wieder einkaufen gehen können. Das Besondere, was den Store ausmacht, ist den 10x10x10 Meter grossen Glaswürfel, der über den Store gekippt ist, wo man dann eben über Lift oder Treppe runter in den Store gehen kann. Weiter, wir gehen noch ganz kurz zu der Geschichte von gestern auf oder über oder ein. Denn Apple hat es wieder geschafft, dank der Vorstellung des neuen Geräte und Services eine Million Dollar Billionaire, also die wertvollste Marke der Welt zu werden und eben diesen magischen Schritt wieder zu überschreiten. Und auch generell sind die Analysten sehr happy mit den vorgestellten Geschichten. Zum einen das iPhone, welches günstiger ist als seine Vorgänger und somit da wieder eine Kehrtwendung gezielt wird. Dann natürlich auch Apple TV Plus und Apple Arcade, zwei Dienste, die zu einem unschlagbar günstigen Preis und vor allem auch einen vergleichbaren Preis auf den Markt kommen. Da dürfen wir gespannt sein und das wird sicherlich auch den einen oder die andere neue Kundin ansprechen in Zukunft. Zu Apple Arcade gibt es auch noch eine kleine Zahl. Damals vorgestellt, im März dieses Jahres hatten sie 35 Entwickler gelistet, die eben Spiele für den Dienst bringen werden. An der Keynote vor zwei Tagen waren es dann schon 92 Entwickler und darunter auch einige grössere Geschichten. Capcom, Square Enix, Ubisoft, Bandai, Namco waren alle mit dabei. Wir dürfen gespannt sein. Bald geht's los und bald geht's ins Bett. Oder eben auch auf, je nachdem, wenn ihr und wo ihr den Podcast hört. Euch einen erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, hört doch morgen am Freitag wieder rein. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.